guten tag werte gäste der maison maga ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zu diesem manga cover video ein thema das ich schon lange mal thematisieren wollte aber nie so richtig die ja die möglichkeit gefunden habe irgendwas dazu zu machen bzw einfach zu wenig futter hatte das hat sich jetzt in dem fall geändert da auch noch mal ein dankeschön an den discord server der da teils fleißig zumindestens mal so gut es geht seine ideen rausgehauen hat ich habe einfach mal rumgefragt es geht um folgendes ihr kennt das vielleicht ihr geht in einen manga laden oder sonst wo irgendwo online oder ein neuer band wird lizenziert und präsentiert und es ist ja mittlerweile so im zeitalter des internets ist es sowieso eine gefährliche sache da irgendwie was zu ändern und es ist also wir haben ja mittlerweile diese thematik mit tokyo pop und shaman king oder shaman king wie auch immer man es aussprechen möchte und da ist ja da die meisten leute wissen wie das original japanische die original japanische version der hat des ersten bandes der re-edition aussieht ist es natürlich immer fragwürdig eine änderung in art des cover designs irgendwie zu präsentieren und dann auch noch so so selbstverständlich und mit voller überzeugung das hat ist auf kritik gestoßen bei tokyo pop und ja erstmal ganz kurz dazu meiner ansicht nach zurecht wenn man ich zeig das einfach mal auf dem bildschirm wenn man die cover vergleicht klar man mag jetzt es mögen minimale unterschiede sein im grunde das bild von jo hieß er glaube ich das charakterbild ist etwas näher herangezogen im japanischen im deutschen ist es wie es wirkte es wirkt es dadurch aber weniger wie ein ein teil des covers sondern mehr wie eine ja wie wie sage ich das es gab mal eine zeit die ich glaube das gibt es immer noch wo leute anime-figuren ausgeschnitten haben mit photoshop und haben das als sogenannte render zur verfügung gestellt das heißt man konnte die von anderen leuten diese arbeit einfach nehmen nutzen für sich selbst für signaturen in foren oder weiß der geier für eigene wallpaper und dann hat man quasi diesen charakter ausgeschnitten mit einem transparenten hintergrund so dass man eben diesen charakter überall mit photoshop oder anderen bildbearbeitungsprogramm irgendwo einfügen kann und so fühlt sich dieses deutsche cover von shaman king an wie als hätte jemand auf einem babyblauen hintergrund was eine ganz ganz schlimme farbauswahl meiner ansicht nach ist ist eine persönliche meinung natürlich ganz klar allgemein ist hier einiges natürlich kann es sein im laufe des videos dass ihr sagt oh mein gott ich liebe dieses cover aber so sehr mag sein es ist in dem in der hinsicht meine meinung und meine vermutung mehr oder minder und soll natürlich nicht zwangsweise für euch sprechen aber nichtsdestotrotz ich sage dass dieses babyblau ist einfach potthässlich und als als ein cover hintergrund für einen battle shonen absolut unpassend also absolut unpassend man sagt ja immer babyblau oder dieses hellblau ist so für jungs und und brosa ist für mädchen prinzipiell ist es natürlich irgendwo der fall aber mein gott shaman king lesen halt nicht nur kleine kinder sondern wahrscheinlich auch oder wahrscheinlich zum größten teil werden das eben erwachsene menschen lesen erwachsene menschen die mit shaman king groß geworden sind das heißt leute die auf die 30 zu gehen oder schon über 30 sind so das wird die haupt anlaufstelle von shaman king sein letzten endes vielleicht noch ein paar jugendliche durchaus möglich gar kein thema aber kinder nein ich glaube nicht dass kinder die richtige also sag ich mal gruppe ist deswegen bin ich diese farbe höchst seltsam die begründung war auch ein bisschen dämlich aber das sind wir ja von tokio pop gewöhnt sobald die kritik bekommen sagen wir nicht okay alles klar haben es verstanden sondern sie wehren sich und sagen ja aber das hat ja folgenden grund weil wir haben das ja deshalb gemacht und nobody cares es interessiert keine sau ob dieser blau ton genutzt wurde aus dem aus dem bild an sich also aus dem charakter weil das ja immer in den nächsten cover auch so gemacht wurde es interessiert keine sau fakt ist es sieht einfach nicht gut aus die meisten leute finden spot hässlich die meisten leute finden sagen dass wenn das der erste band ist der erste band macht viel viel aus der erste band bringt die meisten dazu einen manga zu kaufen oder nicht und es ist oberflächlich aber wir sind nun mal wir menschen sind nun mal so darauf programmiert quasi dass wenn wir das erst den ersten band sehen dass das für uns die entscheidung bringt werden wir diesen manga wenn wir diesen manga eine chance geben oder nicht klar man kann sich natürlich hierbei darauf berufen die leute kennen das ja schon die leute kaufen das ja aus nostalgie gründen und so weiter und so fort sicher ich werde mir den manga trotzdem kaufen bei tokio pop es ist wirklich es ist mir persönlich auch ein bisschen ehrlich gesagt scheißegal wie das cover aussieht also sagen wir es mal so bevor ich es nicht bevor ich es wegen dem cover nicht kaufe also ne ich meine das andersrum das wird nicht passieren ich möchte den manga irgendwann lesen und jetzt ist es nur mal die chance dass man das tun kann und dementsprechend werde ich den manga auch kaufen und auf deutsch lese ich einfach noch mal einen ticken lieber deshalb werde ich mir den holen fakt ist aber trotzdem ich finde das cover trotzdem pot hässlich und hätte lieber die schwarze variante auch dieses wort shaman king oder shaman king die die fond und so weiter ist ja alles gleich aber so dieser dieser leichte aspekt noch mit diesen ich sag mal mit diesem schaden dieser scheineffekt im japanischen und das ich klatsche es einfach mal so in den hintergrund und setze und dezenten schatten rein photoshop gedöhnt ähm ich bin ehrlich ich mach dir das cover ich mach dir das cover in photoshop in ein paar sekunden gib mir die die fond ist schon vor die ist schon vorgefertigt der charakter ist wahrscheinlich auch schon vorgerendert komplett wir machen eins hin schreib hin werde mal in den manga gemacht hat hau am ende auch rechts das tokio pop logo rein das ist ja wahrscheinlich schon eine vorgegebene sache und thema erledigt einfachste möglichkeit sowas zu machen es ist nun mal so was nicht heißt dass das japanische cover irgendwie großartig genialer ist in der sinn in dem sinne aber irgendwie spricht es mich mehr an es ist es ist dieses schwarz was einfach interessanter wirkt und mich eher dazu bewegt als dieses baby blau es ist nun mal einfach so und ja es ist so die ersten paar bände in der japanischen re edition sind schwarz und danach bekommen sie farben und dementsprechend hat tokio pop die aussage getätigt dass das ja eh so ist also machen sie es gleich von anfang an so die wollen das einfach dass das ja das nicht auf einmal die ganze zeit schwarz ist die ersten paar bände und dann auf einmal farben kommen sie wollen das einheitlich haben okay ist ein argument kann ich verstehen fakt ist aber trotzdem es sieht dumm aus daran ist es egal wie sehr sie sich verbiegen und eine aussage tätigen und sich verteidigen es sind alles schöne tolle argumente und man kann sagen okay alles klar ich verstehe das schon fakt ist trotzdem das ende ergebnis sieht kacke aus und wenn ich als jemand den wenn ich hier noch nie shaman king gelesen hätte habe noch in meinem leben und ich würde in den buchladen gehen und würde diesen band sehen würde ich sagen interessiert mich jetzt nicht so und darum soll es heute mal so ein bisschen gehen ich habe jetzt shaman king oder shaman king als beispiel genommen und möchte einfach mal so ein bisschen nur reingehen in diese welt der manga cover und vor allem nicht in diese gesamte welt der manga cover also mehrere bände so und so weiter sondern es geht um 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 manga bände speziell um den ersten band der erste band ist das was den leser dazu motivieren soll weiter zu machen der erste band ist auch meistens ist was der leser als erstes sieht gerade wenn es frisch rauskommt und das macht natürlich viel aus und das ist natürlich auch ein großteil meiner persönlichen meinung und wie gesagt dennoch möchte darüber reden mehr so manga ist immerhin ein großteil meiner meinung und ihr schaut das ja wahrscheinlich vielleicht sogar aus diesem grunde aber ihr werdet mir sicher bei dem ein oder anderen manga heute noch zustimmen also das heißt wir gehen in einen laden und sehen den ersten band und der muss was hermachen und da haben wir dann zum beispiel sowas wie wo fange ich denn mit an machen wir doch einfach gerade weiter machen wir doch einfach gerade weiter bei dem thema jonen und beim thema tokyo pop tokyo pop hat damals einen manga rausgebracht namens sergeant frog auf japanisch keriro gunso und ja sagen wir es mal so ein kumpel damals in jungen jahren hat sich den ersten band gekauft warum weil er reingeguckt hat ich hätte das nicht getan nicht bei dem ersten nicht beim zweiten nicht beim dritten band warum das cover sah einfach nur beschissen aus es kann man kann es nicht schönreden das erste cover sah oder die cover allgemein sahen einfach beschissen aus wir haben hier einen einen eine 3d eske render grafik die einen eine super hässliche variante des hauptprotagonisten kerro oder kerro weiß nicht mehr ich glaube kerro ja darstellen einem frosch ähnlichen alien und das ist der hauptprotagonist oder einer der großen hauptprotagonisten und es ist natürlich irgendwo eine ein manga für für jüngere gedacht also für kinder aber gleichzeitig auch sag ich mal visuell und vom humor er auch teilweise so derbe dass wir damals schon unseren heidenspaß mit hatten und wir waren wesentlich älter und auch heute kann ich sagen wenn ihr irgendwo sergeant frog mal irgendwo findet ich weiß der tokio pop hat das nie fertig gelizenziert aber es lohnt sich es lohnt sich weil es gibt keine direkte komplette am roten faden entlang hangelnde story das ist ein comedy gag manga man kann einfach rein es ist es ist bescheuert es ist dämlich aus es sehr unterhaltsam und das hat mir aber die diese als erste cover vom ersten band nicht signalisiert das hat mir signalisiert folgende reaktion was zum fick ist das und wo zum was was worauf steht er worauf steht dieses komische ding ich habe nicht mal erkannt dass es ein frosch sein soll es ist einfach nur hässlich und ja wie gesagt ein kumpel hat reingeguckt hat reingelesen und hat gemeint das musst du dir musst du dir angucken das ist der hammer das ist richtig lustig und dann haben wir das auch gefeiert der gute kahn ohne kahn hätte ich wahrscheinlich nie sergeant frog gelesen weil das erste der erste cover einfach so hässlich ist und wenn man jetzt mal vergleicht habe ich im internet entdeckt als ich sage schon frog eingegeben habe und etwas länger gesucht habe im japanischen bereich ist mir aufgefallen okay dieses cover existiert tatsächlich auf japanisch es existiert aber diese 3d render cover existieren nicht mehr allzu viel tatsächlich und da ist meine vermutung wohl dass das wohl sehr alte cover waren und dementsprechend man wie soll ich sagen eventuell ich weiß nicht was zuerst kam muss ich fairerweise sagen und ob das eine re edition ist ich vermute es fast aber fakt ist man kann tokio pop in der hinsicht nicht mal böse sein weil die original japanischen cover scheinbar genauso aussahen was natürlich problematisch ist aber wie gesagt es geht nicht darum um auf irgendwelche deutschen oder englischen oder sonstwas verläge zu scheißen in diesem video sondern es geht einfach darum was so ein cover ausmachen kann vor allem dass er der das cover des ersten bandes und da hat auch japan einfach mist gebaut sage ich mal weil ich kann mir beim besten willen auch nicht vorstellen dass das kinder so großartig fasziniert diese komische diesen komischen render frosch ist einfach eine dumme idee im vergleich haben wir einfach mal neben dran noch eine eine manga variante ein manga cover cover variante wahrscheinlich vom 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 von der re edition weil ich sie auch da schon irgendwo eine vom mangaka typische zeichenstil der sich ja verbessert hat und ich meine das ist so dürfte so der eine der aktuellsten zeichens also künste von ihm sein und dass die geht ein bisschen in eine modernere leicht moderne richtung vom mangaka von ich habe seinen namen gerade nicht parat joshisuki oder sowas ich muss gerade kurz schauen joshisaki genau mini joshisaki sympathischer mangaka kann ich nur empfehlen seine werke und wenn man sich das cover anguckt denkt man sich so okay das ist einfach einfach so wie es hätte von anfang an sein sollen eigentlich wenn man mal ehrlich ist und wenn man dann auch noch ein bisschen weiter geht ich habe einfach mal noch ein anderes cover hinzugepackt jetzt hier in dem fall von band 28 man sieht einfach man hat so diesen typischen charme von von dem mangaka wo auch für bekannt ist sage ich mal und das sind einfach cover wo ich sage das ist etwas was man viel eher sich besorgen würde weil es einfach interessanter wirkt und man vielleicht den ein oder anderen kann charakter mag als junge der angesprochen werden soll auch das ist ein jonen manga also in erster linie soll das junge männliche leser anziehen würde ich doch sagen ein paar waifus auf dem cover sind immer gut in der hinsicht und ja gut da hat auch das erste band jetzt nicht so viel zu beigetragen aber da war das ja auch da gab es noch nicht so viele charaktere aber fakt ist es sieht einfach besser aus also wenn es höchstwahrscheinlich eine reedition ist dann ist hier einfach die arbeit gut geworden bei dem damaligen cover bullshit keiner hätte sich das damals freiwillig geholt naja außer kahn oder ein paar anderen von euch wahrscheinlich nun gut dann sind wir hier mal fertig gehen wir zu einem auch recht aktuellen manga mode der fall ebenfalls besteht und zwar assassination classroom ich bin nicht zufrieden mit den covern bin ich ganz ehrlich aber ich kann carlson auch nicht böse sein denn das original in japan ist tatsächlich im grunde nichts anderes es ist leicht anders es ist leicht anders wegen den japanischen schriftzeichen aber ansonsten gelber hintergrund smiley von kudosensei oder wie auch immer heißt und ja das war es eigentlich so im grunden organischen das hat sich wie gesagt eine minimale änderung aber ansonsten es ist wirklich das im grunde das allergleiche also wie gesagt kamakai sind nicht böse sein sie haben einfach nur die manga so fortgetragen wie sie denn auch aussehen später haben also gerade so die letzten bände sage ich mal sehen auch ein bisschen attraktiver ein bisschen hübscher aus wie ich finde aber ansonsten hat man eigentlich nur permanente smiley faces auf dem cover und ja da ist jetzt also die frage hat man damals in japan auch schon damit gespielt dass der manga ein bisschen bekannt war und dementsprechend die leute schon wussten was sie erwartet und dementsprechend auch ein bisschen so sag mal schlichter das cover der sein wollten oder aber wollten sie mit diesem smiley irgendwie irgendwelche leute ansprechen immerhin werden wir in unserer generation ja gerade auf die smiley generation genannt weil bei uns das thema smileys im web und in smartphones und chats und so weiter ein großes thema war mal eine zeit lang aber aber was dahinter jetzt genau steht weiß ich nicht als ich assassination classroom das erste mal gesehen habe hat mich nicht gepackt ehrlich gesagt das war dieser dumme smiley und mittlerweile weiß sich was dahinter steckt und ich mag den manga auch so weit ich ihn gelesen habe der punkt ist aber der erste band hätte mich nie dazu hätte ich nicht gewusst was mich erwartet sag ich mal also man musste es immer quasi noch ein bisschen aus einer anderen perspektive sehen nicht aus der perspektive ich bin so ein alter manga dude der schon seit gefühlt 100 jahren manga sammelt und sich eben jeden tag mit auseinandersetzt mit news und was weiß ich sondern ich bin schüler der ein bisschen geld hat sehr begrenzt geld und in den laden gibt und den ersten band im regal sieht und jeden an jede menge anderen geilen scheiß sage ich mal warum sollte ich mir ernsthaft warum sollte ich mir ein assination classroom band eins kaufen wenn ich doch wirklich cool illustriertes cover von fairytale da sehe oder von blue exorcist oder von one piece selbst von hunter hunter also wissen was ich meine also warum warum sollte mich das ansprechen null ich wüsste ich bin mir sicher dass manche schüler nicht mal den ersten band in die hand nehmen weil er einfach so belanglos aussieht und man hätte da wirklich was cooles machen können denn der artstyle ist wirklich der ist wirklich nicht schlecht da könnte man diverse schöne kammer mitmachen nein man hat sich für diese smileys entschieden kann ich absolut nicht nachvollziehen warum das die entscheidung war aber wie gesagt japan hat das auch gemacht also no hard feelings in der hinsicht dann bringen wir mal was persönliches rein würde ich sagen und zwar also was sehr persönliches da weiß ich nicht ob ihr damit d'accord seid aber ich bring es einfach mal rein es gibt einen mangaka der in gerade bei carlson also allgemein gerade im moment hier und da immer mal wieder ein manga rausbringt beziehungsweise zumindestens der künstler selbst und zwar yang kyung il und yang kyung il ist so eine art was war das noch mal ich glaube koreaner aber irgendwie eher japaner also es hat koreanische abstammung lebt aber in japan und zeichnet dort auch manga und keine man war es oder man war es oder wie man sie auch nennen möge und ja ich muss sagen also so gut wie alles wo er irgendwie drin mit involviert ist finde ich fantastisch und macht mir unfassbar spaß zu lesen auch visuell sieht es halt natürlich ganz großartig aus und der punkt ist irgendwann ist es so ich bin in den laden gegangen und habe das durchgewuselt und da gibt es natürlich auch diese boys love ecke die war damals mal noch wesentlich gigantischer also es gab so eine zeit wo die wirklich riesig war und auch viel angeboten wurde in der in dem bereich und dann laufst du da so durch und siehst wirklich passenderweise in der nähe von dieser boys love ecke in italien oder wo es auch immer war siehst du area d vielleicht vielleicht versteht ihr was ich meine ihr seht dieses cover area d und es gibt ja durchaus hier und da auch mal sage ich mal boys love manga mit mit einer ernsten thematik vielleicht sogar mit einem sci-fi twist oder sowas also nicht dieses typische schul jungen oder irgendwie erwachsene männer die keine ahnung auf wolke sieben durch die gegend tänzeln und sich gegenseitig mit riesigen händen erdrücken sondern es gibt halt auch manchmal es gibt das manchmal das gleiche nur mit einem anderen genre als twist oder sowas und da habe ich das cover zu area d gesehen und area d ist bei weitem kein sag ich mal female focus manga wenn das jetzt mal so erkläre aber bei gott ich habe dieses erste cover gesehen und da kann auch hier carlson wieder nichts dafür denn carlson hat einfach nur das gemacht was die japaner auch gemacht haben das identisch gleiche cover also wie gesagt no hard feelings aber ich bin einfach in diesen laden gegangen habe diesen manga gesehen habe gedacht nee ich habe kein nee ich werde diesen die ich werde das nicht lesen das ist boys love scheiße das dürfen andere leute lesen also das ist nichts für mich und das war es ich habe einen ja oberkörper frei mit langen haaren bisschen bisschen so dieses 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 bett geflüster der bett geflüster blick so ein bisschen so ich bin ein bisschen bin ein bisschen der der grummelbär aber gleichzeitig bin ich auch hot as fuck und ich bin jederzeit bereit so blick und ja dann habe ich einfach gedacht so nee leute werde ich nicht tun werde ich nicht tun und schnitt irgendwann gehe ich gesagt auf wo ich mal irgendwas dazu geäußert habe auf youtube muss auf jeden fall mal die ausprobieren der manga ist richtig gut ich denke so okay ernsthaft na gut wenn jemand sagt der ist richtig gut dann muss ich mal ausprobieren und dann lese ich den ersten band und denke mir nur so es ist gar kein boys love manga und genau das ist der punkt der erste band hat mich so irritiert durch durch diese wie man es gerne sagt was ja eigentlich ja nur bei weiblichen charakteren angeblich der fall ist bei dieser übersexualisierung des des covers das hat mich dazu gebracht zu denken dass es sich hier um ein boys love manga handelt es ist absurd ich weiß dass es vielleicht nicht allzu viele nachvollziehen können aber mein gott ich habe mir deswegen den manga ewig lang nicht gekauft jetzt habe ich ihn komplett noch nicht komplett gelesen bis mal bei mir meistens der fall ist aber ich habe glaube ich die ersten drei oder vier bände gelesen und ich fand es echt geil es hat spaß gemacht und wie gesagt es war kein boys love also falls es leute immer noch gibt die das denken oder jemals gedacht haben ich hoffe ihr könnt mich nachvollziehen ansonsten machen wir einfach weiter gehen wir in die tokyo pop richtung tokyo pop hat damals zu den zeiten von sargent frog also tokyo pop hat damals guten scheiß gebracht aber so wie sargent fox sowie diesen diesen manga den ich jetzt erwähne wurde damals leider gedroppt einer der punkte weshalb ich tokyo pop sag ich mal ein bisschen weniger mochte und nach für nach dann so ein bisschen meine probleme mit diesem verlag hatte chromati high school jetzt hört mich an chromati high school ist ein fantastischer manga super lustiger anime also ihr könnt nichts falsch machen wenn ihr so ein bisschen auf diese delinquent manga steht also quasi manga in der es quasi darum geht dass man so ein paar fiese schurken hat aber ja sage ich mal so ein bisschen aus der sicht dieser schurken das ganze auch mit krieg so ein paar schläger gerade so diese schulschläger thematik war damals in den boah 80ern glaube ich ein riesen ding in japan da gab es auch herrspiele vom vom auf dem super famicom und weiß der geier auf dem famicom super famicom und anderen geräten war das ja ein ganz ganz großes ding sieht man heute noch am switch am switch store da gibt es auch noch so diese spiele mit diesen diesen jungen schlägern mit dieser mit dieser haartolle die so ein bisschen so elvis style ist das ist so ein bisschen so das klischee und das wurde hier mit chromati high school erhalten noch mal in so eine comedy variante gepackt und einfach nur ist einfach nur lustig ist so ein guter manga der wie gesagt leider abgebrochen wurde und dementsprechend nicht ansatzweise fertig ist im deutschen bereich nichtsdestotrotz fragt man sich dann natürlich aber wenn der so kreativ und lustig und gut und dämlich ist das das warum sollte das nicht funktionieren ich sag's euch guckt euch das cover an wer hat sich dieses fucking cover ausgedacht ich weiß ich weiß dass es teile sag ich mal dass es manche cover gab die wir genutzt haben im für tokyo pop das ist die gab für für als manga cover aber das meiste und da setzt sich einfach mal auch so vergleiche auch noch neben dran in diesem bild damit man es besser sieht es ist einfach absolut schrecklich also erstmal dieses neon krelle gelb nicht mal neon krelle ich weiß gar nicht wie man es bezeichnen soll dieses ekelhafte krell gelb das schon leicht in so eine fast grünliche richtung geht so ganz dezent ist einfach nur eine ganz schreckliche farbe anzuschauen wirklich ganz ganz schreckliche farbe dazu einfach einen random roboter und einen fetten typ einfach unten reingepackt das soll wohl ein bisschen so symbolisieren okay das ist ziemlich crazy aber jetzt schaut euch den japanischen band an und sagt mir dass das ist das nicht gray ist ist es nicht genauso crazy also ich meine ich tue mich da echt schwer warum man das diesen ersten band nicht das original cover genutzt hat stattdessen diese dieses diesen roboter in dem fetten dude ne also beides witzige charaktere aber das weiß man nicht wenn man den manga nicht gelesen hat ergo macht das überhaupt keinen sinn ich bin mir sogar fast hundertprozentig sogar sicher dass der roboter nicht mal im ersten band vorkommt ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher aber ich glaube der roboter kam erst in den späteren bänden vor aber ab dem zweiten zumindest im ersten war der hauptprotagonist oder einer der wichtigen wichtigeren charaktere und der eigentlich der immer der der auf dem ersten cover im japanischen manga zu sehen ist ich verstehe diese diese idee nicht es ist es ist für mich unbegreiflich wenn man dann wie gesagt hier auch noch zeigen noch ein paar andere cover wie auf einem bild seht wenn man hier diesen band sechs nimmt und man sich so denkt was ist denn das mit diesem mit diesem dummen pfeil und wie gesagt es gibt teile oder aspekte des covers gibt es im japanischen aber wenn du dann wenn du dann einfach mal schaust wie volume 5 und zum beispiel aussieht da haben sie quasi dieses dieses bild genommen von diesem roboter der eine blechdose ist und das sieht so stylisch aus und so gut und bei uns haben wir diesen diesen hässlichen style und das ist ein bisschen das hauptproblem was ich sehe an tokyo pop tokyo pop möchte diese einheitlichen cover haben tokyo pop möchte immer irgendwas besonderes machen tokyo pop verschiebt auch mal manga releases einfach weil sie nicht zufrieden sind mit ihren dummen covern und dann kommt trotzdem so ein käsebei raus es ist einfach wirklich wirklich schlimm ich dachte also viele mögen vielleicht denken so ja das mit charman king oder so das passiert halt mal aber tokyo pop hat es schon immer gehabt immer mal wieder gab es diese fälle wo sie einfach diese einheitlichkeit so wichtig empfunden haben dass sie ihr eigenes ding gemacht haben sind logischerweise auf kritik gestoßen oder die leute wie zum beispiel bei chromati high school haben die manga erst gar nicht angefasst die haben das gesehen ich habe das damals auch ich habe das gesehen habe gesagt nie das kaufe ich nicht das sieht dumm aus zu recht es sieht auch dumm aus hätte ich mir die andere variante gekauft vom cover her ich bin mir nicht sicher aber ich hätte zumindest mal blick reingeworfen ich meine jemand guckt euch guckt euch dieses cover an oder allgemein diese cover ich hätte glaube ich auch damals diese hier diese ja diese was ist denn das lass mich kurz gucken diesen band 9 zum beispiel hier den ich ja auch noch mal rein packe den hätte ich glaube ich gekauft also spätestens da hätte ich mir wahrscheinlich irgendwann mal chromati high school zugelegt weil ich das einfach cool fände so das wäre genau mein ding damals gewesen so auch ne also super kreative cover im japanischen im deutschen tokyo pop absolute absolute flachware die leute haben es nicht angefasst und dementsprechend hat es sich auch nicht verkauft wer hätte es gedacht wer hätte es gedacht wenn in diesen ersten band siehst das kauft doch kein schwanz warum sollte das jemand warum sollte das jemand ansprechen und du weißt nicht mal worum es geht es sieht auch nicht mal witzig aus das erste cover im japanischen ist so absurd von den charakteren die man da sieht dass man sagen würde okay weißt du was ich lese mal rein und die leute die ein bisschen älteres semester sind und auch noch manga und comics lesen die hätten gesagt what the fuck der typ sieht aus wie buffed freddie mercury okay das muss ich mal reingucken ne wisst ihr was ich meine also das verstehe ich nicht ich verstehe das nicht und wir gehen gerade weiter wir bleiben einfach bei tokyo pop jetzt sind wir gerade so schön drin was zum fix soll das mit inyo asano inyo asano macht wunderschöne manga also macht interessante manga macht gute qualität manga und hat sich halt wohl narren bei tokyo pop gefressen ist ja auch okay die werden auch damit ganz gut geld verdienen aber der typ oder die dame oder was auch immer sich für diese cover entschieden hat die also nee nee es ist es ist auch wirklich scheiß egal was ich jetzt gerade auch für ein cover rein packe ist ich habe mir wirklich nicht mal die mühe gegeben ich habe einfach inyo asano tokyo pop eingegeben und das seht ihr jetzt hier ist es aber wirklich wirklich scheiß egal was das für ein was für ein cover letzten endes ist der fakt ist tokyo pop hat sich entschieden nein 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 diese kreativen und künstlerischen manga cover die sind nichts für uns wir machen unsere eigene weil wir möchten eine inyo asano collection haben die bis auf oyasumi pun pun also gute nacht pun pun alle komplett identisch aussehen wir haben ein ein schwarzes cover mit einem panel aus dem manga von irgendeinem rando charakter und dann haben wir in den hässlichsten farbtönen grell oder pissgelb oder was auch immer den namen des manga auf deutsch und unten dann auch noch den namen inyo asano und jetzt würde man denken ja das ist so ein das wäre jetzt so die typische vorangehensweise für so ein sag ich mal für so ein comic label aber eigentlich machen wir ja manga worauf entscheiden wir uns wir wollen aber vielleicht diese typischen manga leute kaufen das vielleicht nicht also wollen wir so ein bisschen seriöser rüberkommen okay hat nicht geklappt wenn man carlson anguckt zum beispiel die cover die sehen elegant aus und die sehen attraktiv aus auch für comic leser und haben trotzdem eine schöne cover art das hier ist krütze das ist absolute krütze die einen mögen es die anderen nicht ich wie gesagt es ist meine meinung da letzten endes ein paar werden mir sicherlich zustimmen inyo asano dann 100 12.000 mal in den background einzufügen macht das auch nicht besser es sieht einfach dämlich aus auch wenn es lustig glänzt wenn man es in die sonne ins licht hebt es sieht einfach scheiße aus guckt euch das original an solanin zum beispiel band 1 und band 2 in zwei bänden abgeschlossen die cover machen sinn die haben eine eine ein sogar eine quasi ein komplettes artwork parat wie quasi vier menschen an diesem fluss stehen an die bei diesem gehweg es sieht einfach cool aus oder als bei ein anderes beispiel die japanische variante von a girl on the shore ähm ist ein ähm im grunde eigentlich nur ein cover mit einem mit einem fleck mit einem kunstfleck sag ich mal und das wurde im englischen bereich teilweise mit eingepflegt in das cover aber zusätzlich noch ein artwork von inyo asano zu a girl on the shore und ähm und das wurde integriert quasi in das cover und wenn ihr das sieht und wenn ihr auch diesen manga mal in händen gehalten habt denn ich habe die englische variante es ist eine der meiner ansicht nach melancholischsten aber gleichzeitig auch wunderschönsten cover die ich so bisher in den händen halten durfte und das macht einfach viel her wenn man sowas in im laden sieht das von tokyo pop macht nicht viel her es ist es hat eine grelle schriftart es hat kaum was interessantes auf dem cover wo ich jetzt sage oh da gucke ich mal rein oh ein gesicht was nach links guckt oh ein gesicht was nach rechts guckt mensch das ist aber ein manga der mich aber wahnsinnig interessieren könnte not man hat versucht eben auf wer auf der welle von gute nacht pun pun auf der erfolgswelle zu reiten und dann sich zu sagen ach die leute kennen ja wissen ja eh schon wer inio asano ist also machen wir jetzt unsere kreativen eigenen cover ideen wie gesagt ihr könnt mir oder die leute die das verbrochen haben können da sich gerne wie auch bei shaman king zu tode verteidigen es ist letzten endes egal aus welchen gründen es entschieden wurde es ist fakt dass es passiert ist es ist fakt dass man es nicht mehr rückgängig machen kann es ist auch fakt dass es den inhalt nicht schlechter macht aber es ist halt auch aber auch genau so fakt dass es dumm aussieht zumindest für sehr viele leute und es viele menschen dort draußen nicht bewegen würde geld auszugeben oder geschweige denn diesen dieses cover auch nur anzufassen die würden sich dann andere manga angucken die einfach attraktivere cover haben und das ist das problem nicht dass inio asano das nötig hätte weil ich glaube da macht genug absatz bei tokio pop aber auch nur eben halt weil er die runde gemacht hat weil er bekannt war geworden ist durch tokio pop und durch ja somi vorher hätte er vorher keinen guten nach pun pun gemacht diese cover hätte niemand angesprochen niemand puh ok 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 kommen wir mal ein bisschen runter machen wir mal so so ein easy one ich bin sag mal nicht ein riesen fan aber ich mag einen battle shonen manga sehr der auf den namen toriko hört toriko ist ein battle shonen manga den man auf jeden fall mal lesen sollte aber der japanische verlag sowie auch kaze die das einfach übernommen haben ähm wie gesagt was auch nicht schlimm ist weil bevor man irgendeinen käse selber macht dann doch lieber einfach das japanische original übernehmen auch wenn die es nicht besser machen aber da ist man zumindestens fein raus sag ich mal ne und ähm die manga leser sind nun mal doch des öfteren gerne puristen und hätten gerne so ihr original einfach ne wenn sie schon nicht japanisch lesen können dann hätten sie doch gerne aber so etwas was am sehr sehr nah am original ist einfach prinzipiell das äh zählt auch für videospiele oder sowas deswegen gibt es ja heutzutage immer mehr diese ganzen diskussionen wegen irgendwelchen abänderungen von texten von äh von ganzen gedankengängen einfach nur weil sie gerade nicht so passen ins irgendwie ins zeitbild oder sowas ähm die leute sind puristen und wollen einfach das was sie normalerweise im japanischen original bekommen würden hätten sie gerne auch hier nur einfach übersetzt und ich meine wem kann man es verwerfen verwerfen äh wem kann man es schlecht reden es ist doch einfach so wir wollen doch einfach nur die übersetzte variante haben dazu sind diese verlege da und mehr sollen die auch nicht machen fernab wie gesagt ob das jetzt ein buch ein manga ein comic und ein videospiel oder sonst was ist eine serie wir sollen einfach nur übersetzen und fertig nichts abändern oder für die eigene agenda pushen oder sonstiges kriege ich sowieso einen hals wenn ich das höre ähm aber da haben wir ja wahrscheinlich nicht so viel zumindest im deutschen bereich im manga bereich äh mit zu tun deswegen ähm das einfach mal nur so nebenbei erwähnt so und man sieht diesen ersten band von toriko mit ähm dem zeichenstil von mangaka der der sehr gewöhnungsbedürftig ist ich gebe das gerne zu ich habe auch eine zeit lang gebraucht ich habe damals auch äh so die ersten paar zeichnungen gesehen und habe gedacht boah ey das ist jetzt nicht so mein typischer battle shonen zeichenstil ich bin mir unsicher ob ich das möchte und ich kann verstehen dass manche leute auch sagen nee toriko ist nix für mich ich mag den zeichenstil nicht absolut klar aber toriko hat so eine eine geile welt und so auch manchmal richtig kreative und geile visuals so wo man auch wirklich was mit machen kann dass sie sich dafür entschieden haben einfach eine nahe aufnahme von toriko also von dem hauptprotagonisten als ersten band zu nehmen finde ich ein bisschen nee damals hat es mich nicht gecatcht ehrlich gesagt als ich den ersten band gesehen habe mich hat toriko erst gecatcht als dieser schuber ähm rauskam ich glaube der schuber kam der schon von anfang an raus oder kam der erst später auf jeden fall waren da die ersten vier bände drin meine ich und da war auch dieser trollkong oder wie er heißt dieser dieses gorilla ähnliche monster drauf und das war dann so der punkt wo ich gedacht habe okay da geht es um monster auch so ein bisschen und es sieht eigentlich ganz es sieht jetzt eigentlich doch irgendwie ganz cool aus und das hat mich mehr gecatcht als dieses erste cover von toriko äh wie gesagt der zeichenstil ist halt nun mal sehr gewöhnungsbedürftig und der hat mir damals nicht so zugesagt und ähm man kann es sich dran gewöhnen aber wie gesagt es ist halt eine überwindung wert und wenn man nur dieses nur diese fresse von toriko sieht auf dem ersten band weiß man erstens nicht worum es richtig geht und äh zweitens würde man wahrscheinlich auch nicht mal den manga anfassen und reinlesen die wenigsten hätten es wahrscheinlich getan und dieses dieser dieser schuber den kase rausgebracht hat hat dann für mich so diesen punkt erreicht wo ich gesagt habe okay das ist eigentlich doch ganz interessant lass es doch lass es uns doch mal probieren das ist auch ein guter preis lassen wir es mal machen und das ist halt auch vielleicht eine smarte idee wenn man wenn man wenn der erste cover im japanischen vielleicht nicht so bombe ist dass man dann vielleicht versucht einfach über diese schubertaktik mit ein bisschen einem eleganten schönen schuber anfangsschuber ähm was zu reißen fände ich finde ich persönlich eine gute taktik so ähm dann fehlen uns nur noch zwei sachen ähm dann würde ich sagen ähm machen wir noch äh machen wir ein englischsprachiges weil das ist mir nämlich auch aufgefallen also ähm summinaski ähm ein mangaka der bekannt ist unter anderem aktuell für plunders oder pl wie heißt das plunders ach dieser ne äh ist ein anime draußen aktuell ich weiß es gerade nicht mehr genau wie es ganz hat plunderers oder sowas ich weiß nicht mehr irgendwie sowas ich habe den manga auch noch selber nicht gelesen ähm ein manga den ich von ihm kenne ist ähm surano oteshimono oder auch angeloid bei uns genannt ein manga der auch sehr bekannt geworden ist ähm und ich bin aus Zufall irgendwann mal damals auf äh einen anderen manga von ihm gestoßen der glaube ich in vier oder fünf Bänden war das abgeschlossen ist und hört auf den Namen Judas oder auch Judas und der kam damals im englischen Bereich bei Tokio Pop raus und ihr merkt es ist wieder Tokio Pop es ist einfach es ist ich mache das nicht mal mit Absicht ich habe wirklich wirklich lange geguckt in meiner Sammlung und mir ist jedes Mal aufgefallen dass es irgendwie so ein Pattern hat vielleicht kommt das sogar aus dem amerikanisch englischen Bereich so eine Vorgabe ich meine Tokio Pop ist nun mal ich glaube ich ein Army nicht nur ich glaube ich Tokio Pop ist ein Army Konzern und die geben nun mal dem deutschen Bereich auch viel vor es ist nun mal einfach ein äh Konzern der äh aus Amerika gesteuert wird und da wahrscheinlich dann auch diverse Ideen einfach äh vielleicht zwangsübernommen aber wie gesagt es ist im Grunde egal was für Ausreden oder was für wirklich feste Beweise die Leute mir geben die Cover von Judas sind einfach scheiße wir haben einfach einen schwarzen Hintergrund ein bisschen random Text was auch immer der da zu suchen hat so letzten Endes das macht es sieht nicht mehr cool aus dann haben wir irgendwie ein Kirchenfenster in monochrom und dann einfach die Silhouetten und das so gehen diese ganzen Cover durch Silhouetten in komplett rot von den wahrscheinlich Hauptprotagonisten Bullshit Bullshit man hat das Original Cover äh die Original Fond also das Logo von Judas übernommen im Japanischen aber dann hat man einfach nur ähm ja das sieht einfach nicht gut aus das ist einfach was soll das sein ich hab damals sogar gedacht ach das wäre irgend so eine äh englische Variante irgend so ein englischer Manga oder sowas der so ein bisschen so lowkey äh da sein sein Manga rausgehauen hat und deswegen die Leute sich nicht so groß angestrengt haben und aber nein das ist ein originaler Suminaski den kaum einer kennt weil das Cover scheiße ist und dann hab ich mir mal geguckt okay Leute dann zeigt mir mal was warum warum und dann hab ich gesehen okay ich kann vielleicht jetzt ein bisschen nachvollziehen das kam damals raus und äh gerade im amerikanischen Bereich ist ja Nacktheit und so ein bisschen Charaktere die so ein bisschen sag ich mal kindlicher wirken ist heute noch nicht beliebt aber würde heute vielleicht eher gehen noch als Cover als damals und wenn du sie jetzt anguckst das Cover ist einfach badass das ist so unfassbar badass klar ist es problematisch in manchen Augen das das sehe ich ein aber Fakt ist trotzdem es ist fucking badass und das ist richtig geil gezeichnet es ist auch irgendwie so wo ich denke so wenn ich die Werke von Minaski so mir anschaue dann sieht der Hauptprotagonist ich gehe mal davon aus dass es der Hauptprotagonist ist ich habe den Manga nämlich noch nicht gelesen aber ich gehe mal davon aus weil da auf dem ersten Band Cover drauf ist er sieht so anders aus einfach so ein bisschen aus eine Mischung aus ich weiß auch nicht erinnert mich ein bisschen so vom Gesicht und so weiter daher auch ein bisschen an die Suminaski Variante von Fist of North Star so ein bisschen also er sieht auf jeden Fall badass aus er ist wahrscheinlich auch sowas wie eine Art Antagonist oder zumindest kein ganz so positiver Held oder Heldenfigur ich meine es heißt immerhin auch Judas es ist schon mal gerade auch es wundert mich eigentlich ehrlich gesagt auch dass dieser Mangel überhaupt im amerikanisch englischen Bereich rauskam bei Tokio Pop weil Judas bei so einer sehr christlichen bei so einem sehr christlich aufgebauten Land schon ne aber gut aber sie haben es scheinbar irgendwie hingekriegt auf jeden Fall interessant aber auf jeden Fall dieses Cover sieht so badass aus und auch die weiteren Cover sehen auch wirklich gut aus und dann siehst du dieses hätte ich damals in Amerika oder so gelebt und ich hätte in den Laden reingegangen und hätte dieses Judas Band gesehen wäre ich rückwärts wieder rausgegangen ich hätte mich nicht mit Marsch angeguckt warum auch was was sagt mir dieses Cover oh es geht um Kirche ähm es ist scheinbar böse äh aber irgendwie reizt mich dann doch nicht so also irgendwie der eine Aspekt der mich wirklich dazu bewegen würde auch mal rein zu gucken genau der hat noch gefehlt wir sind hier schon sehr provokant aber noch nicht provokant genug dass ich mir es angucke wir müssen überlegen das ist kam zu einer Zeit raus und also in der es vielleicht auch schon problematischere Manga Cover und so weiter gab und vor allem kam das nach lang lang nach einer Zeit raus ähm wo es wirklich provokante Metal Band Cover gab wie zum Beispiel von Slayer oder Cannibal Corpse oder sonstigem ähm das ist einfach die Leute waren es schon gewohnt und ähm da musst du schon was bringen wenn du schon provozieren willst dann musst du äh was weiß ich 30, 40 Jahre später oder wann auch immer nach diesen nach diesen oh diese Metal Cover Bands äh diese Metal Band äh Cover meine ich die sind so böse bestimmt ist die Musik auch voll Satan und so ähm 12.000 Jahre später musst du einfach auch mal was musst du was liefern da kannst du nicht mehr nur das machen und sagen oh das wird die Leute bestimmt äh motivieren ist nicht ist nicht kann ich mir nicht vorstellen absolut schreckliches Cover und der 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 Preis für what were they thinking im Bereich Cover wurde mir äh gestern nochmal quasi zugeschickt und also beziehungsweise erwähnt und das war einfach das war genau das was gefehlt hat fucking Liar Game okay Leute ich hab am Anfang auch gedacht okay das mit diesen römischen Zeichen und so das ist eine ganz ganz coole Idee aber nein warum ist Liar Game gefloppt wegen den fucking Cover nobody cared Egmont ich weiß nicht wer euch ins Hirn geschissen hat aber die Liar Game Cover sind so interessant aber scheinbar vom Zeichenstil her zu in Anführungsstrichen alt aussehend so dass man sich dafür entschieden hat wahrscheinlich diese nicht zu nutzen weil die Leute dann vielleicht Angst hatten oh vielleicht denken die oh das ist ja die Hauptproblematik immer wenn man irgendwas rausbringt was ein bisschen älter aussieht oh das sieht mir zu alt aus ich bin diesen neuen Stuff gewöhnt den neuen Artstyle und so deswegen gönne ich mir das nicht wobei ich es witzig finde weil ich finde Liar Game so vom Stil her vom 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 visuellen und so erinnert es mich gerade bei den Kammern schon sehr stark an Death Note man hätte locker auf dieser nie enden wollenden noch heute aktiven Death Note Welle hätte man so gut reiten können mit diesem ersten Kammer so unfassbar gut und wofür hat man sich entschieden für ein zwar stylisches Cover das sich aber durch die ganze Reihe durchsetzt und einfach den einzigen Unterschied macht die Nummer zu ändern die römische Nummer und das ist wirklich Bullshit also da kann mir nicht mal einer sagen oh ja das ist noch eine interessante Idee nein das mag vielleicht wie gesagt auf irgendeinem Cover vielleicht mal eine interessante Idee gewesen sein aber doch nicht wie viele Bände gibt es da mehr als 15 oder sowas es hat kein Schwanz gekauft es ist wirklich ich habe es irgendwann mal da wo quasi die Manga allesamt so gefühlt vergriffen waren weil es halt keine Sau mehr gekauft hat und Egmont gesagt hat wir produzieren das nicht nach was ja so ein typischer Egmont Moment ist auch da habe ich angefangen Liar Game zu kaufen und da ist mir dann halt aufgefallen dass ich nicht mehr weiter sammeln kann weil alles out of print und Rarity und scheißteuer und jada jada und dann habe ich halt aufgehört ich werde in Zukunft irgendwann bestimmt nochmal Liar Game mir besorgen und lesen weil ich habe da wirklich 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 Bock drauf und zur Not lese ich es auch online ist mir wirklich egal ich habe da wirklich Lust drauf weil ich die ersten paar Bände wirklich fantastisch fand und aber dieses Cover von dem ersten Band und auch allen folgenden was ich nicht gedacht hätte damals wirklich nicht ähm spricht mich nicht an nicht im geringsten das ist einfach das ist ein das ist diese sage ich mal das ist ein bisschen so wie aktuell mit Manga Kalt Manga Kalt ähm bietet diese komischen Alternative Cover immer an ähm zu zum Beispiel der Leipziger Buchmesse oder sonstigem was im Grunde einfach nur eine Variante ist einen Manga darzustellen aber ohne ohne das Artwork benutzen zu dürfen sage ich mal also wenn ich jetzt ein ein One Piece Cover gestalte für einen Manga aber weder Artwork also keine Charaktere kein gar nichts nutzen darf wegen Copyright Verletzungen und so weiter ich meine ist ja nicht so dass wir Connections zu den Manga Kalt und zu den Verlegen hätten nein wir machen dann einfach etwas eigenes draus weil wir sind ja alle Künstler ne und das ist ja das was wir auch letzten Endes alle wollen ein ein Cover äh zu einem Manga also ein Special Cover das einfach null Aussage null Aussage hat oder vielleicht maximal irgendein Logo oder irgendein bestimmtes Element in so einer Art Webdings äh Format oder Piktogramm Format irgendwie draufgeklatscht ähm so war es bei Gans zum Beispiel und jetzt bei 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 hier bei Demon Slayer hat man es jetzt gerade aktuell gesehen da ist halt einfach sind Kirschblüten und das Demon Slayer Logo und fertig da denke ich mir so ach Leute also es ist das könnte wirklich alles sein also da ist es nicht in diesem Moment wo man sagt oh das ist der eindeutige Demon Slayer Cover es ist einfach nur wirklich als würde man mit Webdings versuchen einen Manga zu erklären in in Coverform so fühlt sich das ganze an und das ist auch Liar Game und ich weiß nicht warum sie es gemacht haben aber es ist wirklich schrecklich es ist wirklich eine dumme Idee und wir sehen ja auch eigentlich finde ich das ein ganz gutes Beispiel dieses Video jetzt an ein paar Manga die ihr jetzt gesehen habt sieht man es ist es ist dumm wenn man also wenn man nicht mal in den Manga reinguckt also finde ich persönlich und sich selber ein Bild macht sondern einfach nur auf Hand des Covers entscheidet aber manchmal ist das nur mal so manchmal hat man wenig Zeit und man guckt sich einfach nur mal durch oder bei Amazon oder sowas und wird erst durch spätere Cover vielleicht so ist es bei mir drauf aufmerksam weil die ersten Cover einfach nicht gut sind oder nicht ansprechend genug und wie gesagt das passiert mir genauso auch wenn ich immer wieder versuche zu sagen okay guck doch zumindestens mal rein versuch gib doch mal eine Chance auch wenn dir das Cover jetzt nicht so zusagt aber Fakt ist natürlich dass es eben halt die meisten Leute überwiegend eben halt so funktionieren sie sind in Eile laufen irgendwo rein sehen den ersten Band er spricht nicht an es wird nicht gekauft Punkt der erste Band ist das was bei vielen Manga verlegen also wahnsinnig viel ausmacht dass dieser Band gekauft wird damit die Reihe potenziell Erfolg hat bei den Verkaufszahlen wenn man aber auf diese wichtige Stufe des ersten Bandes also auf diverse sage ich mal würde ich mal sagen selbstverständliche Vorgaben die man machen sollte darauf nicht achtet und quasi dann noch einen auf selbst Künstler macht wie es Tokio Pop gerne gemacht hat dann kann es durchaus sein man hat es ja gesehen jetzt an diesem Video wie viel quasi durch diese Eigenentscheidungen durch diese Eigendesigns wie viele Reihen da so hart auf die Schnauze fallen dass sogar es so weit geht dass man sagt es wird abgebrochen oder es verkauft sich so scheiße dass es in diese Out of Print Rarity Geschichte sich hin hinzugeht sodass keiner mehr wirklich Chance hat den Manga zu kaufen weil es nicht mehr nachproduziert wird weil es einfach keinen Erfolg hat der erste Band ist so wichtig und ich habe das Gefühl dass das noch nicht jeder verstanden hat und ja so viel dazu der Punkt ist es werden viele jetzt den ersten Band von Sherman King nicht kaufen um einfach mal wieder diese Runde zu schlagen es werden einige eben Sherman King nicht kaufen aufgrund dieser empörten Welle auf Twitter ob man da jetzt dafür ist dagegen oder ob man diese Verteidigung und und oder Ausreden man weiß es ja nicht von Tokio Pop annimmt oder nicht ist im Grunde egal der Fakt besteht dass es Leute gibt die sagen ich kann aber auch noch eine andere Sprache als Deutsch dann werde ich wohl weiß nicht die italienische die französische oder vielleicht auch bald eine englische Variante bevorzugen einfach weil ich diese Sprachen genauso gut kann und ich das Gefühl habe dass die da keinen also ich vielleicht auch Purist bin und dementsprechend mich da wohler fühle dass sie sich da mehr ans Original halten tja und damit fällt man nämlich ganz gut auf die Schnauze und darf dann Kodanja und Co erklären warum es nicht so gut gelaufen ist jo ist halt so aber deswegen wie gesagt wollte ich dieses Video mal machen um einfach auch zu zeigen und ich denke viele von euch haben das auch verstanden beziehungsweise wissen das schon längst dass so das Cover des ersten Bandes wahnsinnig wichtig ist für uns alle und vor allem für die Verläge in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören und auch in diesem Fall Zuschauen ich hoffe ich habe das visuell genug dargestellt und ja bedanke mich bei euch und wünsche euch noch einen wundervollen Aufenthalt in der Mesa Manga ich bin euer René und ich sage wieder einmal tjao bye bye bei euch scho bei euch und . auch Vielen Dank.